Let's play Stardew Valley. Ich hab das Spiel gerade schon neu gestartet. Weil ich bin ein bisschen rumgelaufen, hab hier mal eine Anmoderation gemacht und dachte ich, das Spiel ist kaputt. Ich hab überhaupt gar keine Energie mehr. Weil wir hier ohnmächtig geworden sind. Das ist mir dann gerade aufgefallen. Ich hab dann das Ende der letzten Folge nochmal geguckt. Deswegen haben wir keine Energie gekriegt. Geile Nummer, auf jeden Fall. Gucken wir mal, wie das Wetter wird. Es wird klar und sonnig. Aber im Gegensatz zur letzten Folge, das soll uns jetzt hier nicht betrüben. Ist zwar Mist, weil wir unsere Pflanzen nicht gegossen kriegen. Ich hoffe, die sterben da nicht. Dann erleben wir das jetzt mal. Die Spirits sind very happy. Ja, ich bin nicht so very happy. Die Suppenkönigin. Oh, was bringst du mir? Ein Omelette. Okay, wir lernen jetzt, wie man Omelette macht. Wir müssen ja gießen. Wir müssen irgendwas essen, damit wir unsere Sachen gießen können. Ja, wie gesagt, ich bin ohnmächtig geworden. Total dämlich. Ja, aber im Gegensatz zum letzten Mal. Wo ich ja dann zur Arbeit musste und alles nicht funktioniert hat, weil wir kein Leben gefunden haben und alles war Mist, habe ich heute. Es ist Samstag im echten Leben und ich habe den ganzen Samstagabend Zeit. Ich war schon mit meiner lieben Freundin bei Ikea. Das heißt, aus der Nummer bin ich raus. Nein, so ist sie gar nicht. Aber ich kann einfach zocken, so wie ich möchte. Und das finde ich sehr schön. Ich habe keine Verpflichtungen mehr. Und ich habe mir vorgenommen, ich möchte heute Tiere kriegen. Ihr werdet das ja dann eh häppchenweise sehen. Aber so lange möchte ich jetzt heute spielen. Das wird bestimmt turbo super. Die Energie für den heutigen Tag ist natürlich ein kleines Problemchen. Ähm, da muss ich mir noch was überlegen. So, das können wir aber trotzdem alles verkaufen. Den Horse Radish müssen wir dann mal essen. Wir haben leider auch nichts gar, ne? Aber der eine Erdkristall kann weg. Tobi gibt 18 Energie. Ich glaube, das lohnt sich auch nicht. Den können wir aber mal essen. Yes, den möchten wir essen. Wir müssen ja zumindest alles gegossen kriegen, ne? Das wäre ja sonst Mist. Oh Gott. Was kostet einmal gießen? Wir brauchen auf jeden Fall... Das hat noch jemand in die Kommentare geschrieben. Ähm, ich weiß nicht, was die größere Gießkanne macht. Das wäre natürlich schlau. Und eine Axt wäre, glaube ich, auch schlau. Sowas könnten wir ja heute dann mal machen. Es sei denn, Sachen schmelzen kostet... Kostet das wohl... Eferdels geben uns zum Glück nichts. Ja, wir können Zepp essen. Das gibt Minusenergie. Ja, ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Ah, hier. Dandelion. Wir können Dandelions knuspern. Yum, 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 yum. Immer rein in den Fierlefran. Wir gucken mal, ob Sachen schmelzen. Was kostet... Was musst du denn dort nochmal rein? Kohle, ne? Kohle... Und habe ich das schon mitgenommen? Ich habe gerade einen akuten Anfall von Blindheit. Ist das nicht doof? Ich hatte doch hier eben... Da. Hinsichtlich war ich doof. So, du kommst da rein. Achso, ich wollte gucken, ob das was kostet. 27. Hallo, Bernd. Ah, du alte Rakete. So, gießen wir das hier mal. Ich weiß nicht, ob das... Ob das nicht... Da müssen wir jetzt auch... Wenn ich sage, wird es in die Hose gehen, ne? Ich wollte mich gerade sagen... Da müssen wir jetzt echt mal vorsichtig gießen. Ich fühle mich exhausted, ja? So. Okay. Gucken wir mal. Wir haben 13. 13. Okay. Also Sachen wegsmelden können wir. Kein Problem. Michi hat ja mal darauf hingewiesen, dass ich das natürlich auch mal industrialisieren könnte. Äh, ja. Aber ich glaube, spontan ist das noch nicht so ein Problem. Sechs. Ja, dann müssen wir jetzt mal wieder eins essen. Den Rest werden wir dann heute mit Sammeln verbringen. Aber wir müssen ja... Es wäre halt perfekt, wenn es regnen würde. Wir müssen ja unsere Sachen gießen, ne? Nicht, dass die... Wobei ich immer noch nicht weiß, ob die Sachen dann kapotzki gehen. Sollen wir das mal mit einer ausprobieren, mit einer Pflanze? Irgendeine, die am besten einzeln steht. Die hier unten habe ich schon gegossen. Toll. So, wertvoll sind jetzt hier die Dandelions ja auch nicht. Na komm, ist die auch noch. Ähm... Ich weiß nicht, ob das dann weniger Ertrag gibt oder so. Müssen wir mal gucken. Warum haben wir keine Musik? Warum macht das Spiel jetzt die Musik aus? Wahrscheinlich, damit wir traurig sind. Wir lassen das bei diesem... Ne, das hier ist bestimmt was Billig. Das ist ganz unten links. Ich werde es eh wieder vergessen. Ganz unten links werde ich nicht gießen. Und dann gucken wir mal, was dabei passiert, okay? Ich habe ich doch eigentlich schon gegossen, ne? Ah, okay. Ja, ja. Das dauert ja tausend lange. Ähm... Und wir bräuchten natürlich... Wir brauchen noch ein blödes... Ähm... Hier. Sumpfzeug. Was ich meine. Äh... Wie heißt das denn hier? Clay! Ein Clay brauchen wir noch. Das ist echt erbärmlich. Das ist echt richtig erbärmlich, liebe Freunde. Nehmen wir schon mal mit. Und die Steine auch. Falls wir... Das Clay finden sollten. So tausend teuer war ja so ein Chicken Coop nicht, ne? Also wir wollen ja erstmal nur den... Den alten Turm haben. Und dann können wir ja mit... Mit Hühnern anfangen. Die waren, glaube ich, auch nicht teuer. Wüsste gern, ob das da drin bleibt, wenn wir das jetzt einfach laufen lassen. Wird mal spannend zu wissen, oder? Dann machen wir jetzt hier mal den reinsten Harvestino. Wollen wir mal, ob wir noch was finden. Ist halt nicht der Premium-Tag, ne? Aber ist halt, äh... Scheinbar... Das war keine Post da, oder? Wir haben doch keinen Brief vom Arzt gekriegt. Wir sind also in unserer Wohnung ohnmächtig geworden. Für die, die die letzte Folge nicht gesehen haben. Äh... Das habe ich ein bisschen vercheckt mit der... Also, beziehungsweise ich wollte noch eine Abmoderation machen. Hab ein bisschen rumgelabert, wie das ist. Hayley! Deine Sister ist verrückt. Also weird. Und du glaubst nicht, dass ihr verwandt seid. Okay. Magst du mich dann eigentlich, Hayley? Wie können wir... Hayley ist die Einzige mit zwei Herzen. Oh, Abigail hat auch schon ein Herz. Okay. Müssen wir auch mal wieder hier einen Blick haben. Ähm... Achso, der hatten wir ja an ihrem Geburtstag mal was geschenkt, ne? Oh, ist der letzte Tag dieser Season. Eieiei, da müssen wir hoffentlich... Oh. Sind denn unsere Sachen überhaupt gar geworden? Nicht, dass das alles eingeht. Das ist natürlich ärgerlich. Was willst du? Small Mouth... Small Mouth Bass. Der Kleinmundbarsch. Der hat ja den Tim sympathisiert. Ähm... Warum auch immer, verstehe ich gar nicht, was daran witzig ist. So, äh... Ja, wir nehmen das mal an. Gucken mal. Ah, es hat wieder eine Zeit lang. Der Kleinmundbarsch. Ja, da müssen wir, äh... Wahrscheinlich ab nächstem... Oh, da ist ja wirklich nur drin, da waren ja Augen. Hallo, Herr Hund. Müssen wir dann jetzt anfangen... Ähm... Was kommt denn nach Frühling? Sommer. Müssen wir... Sommergedöns müssen wir dann ja, äh... Au, 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 okay, das müssen wir machen. Ich sehe doch hier die alten Stickgewürmer. Bäm! Ach, drei Steine, toll. Da müssen wir Sommerzeug pflanzen, ne? Wenn ich mir das richtig zusammengeklamüsert habe. Ich meine, irgendwer ist in den Kommentaren auch nochmal drauf eingegangen. Ähm... Ja, toll, da bist du, du Grappengesicht. Hörst du dich? Jetzt steht er da, ne? Letzte Folge die ganze Zeit diesen dummen Penner gesucht. Also das hier mit der Brücke war auf jeden Fall eine gute Idee, weil wir kriegen hier eine... Wir sammeln hier schön Korallen. Aus ökologischer Sicht natürlich nicht das Beste, hier die Korallen zu flöcken. Aber wenn die angespült werden, sind die ja eh tot, ne? Das ist ja kein Problem. Das ist ja kein Problem. Wir werden jetzt einmal gucken, ob das jetzt wieder so, so wie er funktioniert, wie letztes Mal. Bäm! Was ist denn das an Energie? Letztes Mal haben wir ja auszusehen genau diese Anchobi gefangen, ne? Die wir brauchten. Wow, wow, vielen Dank. Okay. Das Spiel möchte uns was sagen. Was wir heute nicht angeln sollen. Bitte angeln sie heute nicht. Vielleicht hatte ich nicht letztes Mal ein bisschen wieder rausgesucht. Wer stellt das scheinbar wieder zurück? So finde ich das eigentlich ganz gut, gerade wenn man so Würmchen und so sowas sucht, ne? Müsst ihr mal sagen, welche Perspektive euch besser gefällt. Wobei das jetzt momentan dann wieder schwierig ist, weil ich jetzt ja ganz viel am Stück aufnehme. Was, wie gesagt, der Zeit geschuldet ist. Normalerweise würde ich das anders machen, aber ich bin jetzt ja ein paar Tage nicht da. Und ich kann das zwar im Notebook spielen, aber nicht aufnehmen. Also beziehungsweise müsste ich ganz viel Kremper mitnehmen. Ich glaube nicht, dass das so gut wäre. Oh! Haben wir! Okay, die ist gedünzt. Oder habe ich die auch das vergessen? Habe ich vergessen, das mitzunehmen? Habe ich das... Trollpatsch. Ah, Leute! Was bin ich ein Vogel? So, guten Tag, Monsieur. Ich möchte bitte meine Tools upgraden. Was ist denn so ein Spaß? Fünf Copperbars. So. Also wir wollen ja nicht unser ganzes Geld ausgeben. Die Watering Can wässert dann hoffentlich mehr und das geht schneller. Hat zumindest jemand in den Kommentaren geschrieben. Ich bin da jetzt ganz blauäugig. Also ich würde jetzt auch nicht... Oh, oh nee, wir müssen ja... Ai, 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 wir müssen ja Saatgut für die nächste Saison dann direkt kaufen, ne? Wenn der Sommer kommt. Hm. Äh. Hm. Dann wollen wir noch dieses Ding bauen, aber das ist nicht so teuer. Wir machen jetzt einmal ein Upgrade unserer Watering Can. Das dauert jetzt noch ein paar Tage. Willst du mich auf den Arm nehmen? Okay, ja, dann hat sich das ja eh erledigt. Okay, also müssen wir dran denken, das dauert immer eine gewisse Zeit. Hier ist der blöde Supermarkt. Den mag ja kein Mensch. Wie wollen die Eulen-Menschen? Hallo. Tja, ich würde ja gern eigentlich, ähm... Ich würde ja gern noch den Lehm finden, hier den Clay, ne? Also, wie gesagt, Ton, Lehm, wie auch immer man das jetzt übersetzen will. Aber hier sind auch gerade keine Würmer am Start, oder? Gemein. Ja, und auf jeden Fall soll... What? Moment, können wir kurz drüber reden, dass der uns jetzt unsere Gießkanne abgenommen hat? Ist ja ein Skandal. Das funktioniert übrigens, ne? Hat der uns jetzt die Gießkanne weggenommen? Sache. Hallo, Bernd, du. Alter, alter Raketenhund. Das wollte ich doch mitnehmen. Ich, alter Trottel. So. Dann können wir hier schon mal, dass ich es wieder nicht vergesse... Ne, oh, nicht verkaufen. So. Das gibt uns eh nichts, aber die alte Auszahl können wir noch verkaufen, ne? Boop, boop, boop. Wenn ihr Würmer seht, schreit. Wie weit kann man rauszoomen? Bernd, kannst du Würmer suchen? Das wäre so super, wenn du ein Würmersuchhund wärst. Ein Wurmspürhund. Könnten wir uns darauf einigen. Ist das für euch okay, wenn ich so spiele, oder ist das für euch zu weit weg? Ich muss mal gucken, wie mir das taugt. Das ist jetzt die höchste Zoomstufe. Das gibt es ja erst seit dem letzten Patch. Würmer, Würmer. Heute ist nichts unterwegs hier, ne? Keine Würmer, nichts zum Harvesten. Es ist der reinste Skandal. Hier müsste doch Wurmland-Dlück sein. Wurmee-Wurmland. Ich sehe hier immer die Sachen zucken und dann denke ich... Ja! Haha! Ich habe euch... Wuhu! Drei! Drei, Clay! Ich raste am Rad. Kinder, wir können ausrasten. Ach ja! Wie wunderschön! Hier ist also für Würmer nicht das Schlechteste. Mutti! Komm ran! Oh, ne, wehe, du bist dich. Oh, wirklich? Ist das dein Ernst? Blöde Kuh? Wo bist du? Oh, 6 Uhr abends. Jetzt hat der Laden zugemacht. Ich möchte etwas kaufen. Ich bin ein mündiger Kunde. Egal. Egal, egal. Wir haben den... Hallo? Was macht ihr hier? Guckt ihr die Klippe an? Okay, Dimitrius sprengt noch das Haus. Hat sie Angst, weil er Science Experiments macht? Sie weiß nicht, was er so erforscht. Aber es hat mit Pflanzen zu tun. Ja, manchmal brauchst du eine Pause. Das stimmt. Ja, ich kriege nie Pause. Das stimmt. Ah, im Winter muss ich mich nicht um Pflanzen kümmern, sagt er. Ja, toll. Weißt du, Winter wird schön der Dungeon gekrault. Ge-crawled. Haha, ge-crawled. Vor allem der Dungeon-Crawling ist dann angesagt. Wir könnten natürlich noch versuchen, jetzt in der Zeit die alte Kleinmond-Barkasse, nein, den Kleinmond-Barsch zu fangen. Das ist auch eine Option. Wir müssen auf jeden Fall nur genug Schlaf kriegen. Und dann ist ja morgen auch die blöde Season vorbei. Das ist natürlich echt ein bisschen ärgerlich. Aber wir müssen den, wir sollten den ja auch am Meer angeln, würde ich sagen. Da haben wir den doch auch gefangen. Also das werden ja hier... Das hatten wir ja auch schon. Das gab es ja auch in den Kommentaren. Wo man mich darüber aufklärte, dass ja wohl... Fische, die ich da fangen wollte, ja offensichtlich Meeresfische sein. Beziehungsweise, nein, ah, es ging um den alten Karpfen. Und ich weiß natürlich, dass Karpfen im Süßwasser wohnen und in Teichen eher. Ich habe als Kind sogar auch mal geangelt eine Zeit lang. Aber bei Spielen weiß ich das immer nicht genau, wie komplex das System ist. Mittlerweile weiß ich, das System hier ist tatsächlich sehr komplex. Also hier gibt es Nachtfische. Ach, es könnte jetzt auch schon wieder sein, dass ich jetzt den kleinen Mund-Barsch gar nicht mehr fangen kann. Weil jetzt Nachtfische kommen. Das Himmelsystem ist auch echt tatsächlich direkt aus der Hölle. Aber es macht Spaß. Bling! Ein Hering! Ja, habe ich gesehen. Danke. Oh nein! So close. So close. Ich habe aber auf jeden Fall, wenn ihr mal Ark gespielt habt. Ark Survival Evolved. Da ist nämlich das offensichtliche Meerwasser und das Wasser in Seen und Flüssen das gleiche. Also da ist es eine Insel im Meer. Und das kann man halt einfach trinken. Das ist Süßwasser. Und ich habe am Anfang immer gedacht, ich könnte das nicht trinken. Weil ich dachte, das kann ja nicht sein. Das ist ja Meerwasser. Oh, 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 oh. Ich wittere das perfekt. Ich wittere das perfekt. Komm schon! Komm schon! Jawohl! Anchovy. Ach, Nose. Oh. Oh, oh, oh. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Also Barsche gibt es, ja. Also gerade hier Bärs heißt das Ding hier, was wir angeln sollen, oder? Ja. Oh, shit. Oh nein, nicht, dass ich jetzt ohnmächtig werde. Oh, Scheit. Oh, jetzt darf ich slagisch nach Hause laufen. Ich bin so ein Idiot. Oh, der will es aber wissen hier. Also ich weiß, es gibt Süß- und Salzwasser-Barsche, wenn mich nicht alles täuscht. Ach, komm! Jetzt träume ich nicht auf dem letzten Meter. Oh! Oh, ein Riesenheilbutt. Nings. Ja, super. Wir schleichen nach Hause. Geht jetzt gerne in den Spiegel aus Terraria. Ich habe mich nach Hause teleportiert. Oder den, wie hieß der bei W.O.W.? Ruhestein. Boah! Geht ja tausend lange. Okay, aber wir haben alle Pflanzen gewässert, außer der unten links. Das ist ja das Schöne, wenn ich jetzt ein paar Folgen am Stück mache. Ähm. Ja, das ist, dass ich das auch immer so kommuniziere, wann ich wie Folgen aufnehme und so. Macht man ja eigentlich nicht, ne? Eigentlich soll man ja keine Rückbezüge zwischen den Folgen nehmen, aber ich mache das ja hier eh ein bisschen unkonventionell. Deswegen schaffe ich es wahrscheinlich auch nicht auf meine, äh, angepeilten 500 Abonnenten. Hehe. Was jetzt? Der Onkel durchsucht die Mülltonne. Und der grimmige Rollstuhlmann hat grimmige Gedanken. Haha, aber er glaubt, es sind die Raccoons. Die Waschbären. Hallo? Ja, ich bin da. Ich soll die Raccoons verscheuchen. Okay. Ja, ich gebe denen eine gute Erschreckung. Aber es war doch nur der Einsiedler, Mann. Er ist ganz traurig. Es war er. Er ist traurig. Warum? Wenn er das wegschmeißt? Ja, er findet leckeres, gutes Essen in den Mülleimern. Was sonst wegkommt, wenn er es nicht isst. Ja, das Containern, was du machst, finde ich völlig legitim. Glaubst du, es ist schlimm? Oh, das ist jetzt hier die erste richtige Quest, wo ich mir was aussuchen kann. Okay, das ist ja schöne Gesellschaftskritik hier, ne? Zum einen, also ich finde es cool. Der Typ sitzt im Rollstuhl, was man im Spiel sieht. Das ist sehr selten. Finde ich sehr, sehr cool. Man kann gleichgeschlechtliche Beziehungen eingehen. Finde ich auch super. War lange ein Riesentabu in Spielen. Viel natürlich auch, weil die Amis sehr prüde sind und viele Spiele machen. Natürlich nicht alle, aber... So, also ich kann sagen, nein, das ist eklig. Das stimmt ja nicht zwangsläufig. Gerade bei Supermärkten, die schmeißen halt total viel Zeug weg, weil es abgelaufen ist. Offiziell aber eigentlich noch gut ist. Nein, das ist eine Schande, wenn man das Essen Kapotzki gehen lässt. Ja, es ist illegal! Das ist George's Private Property. Ja, das ist das, was auch in den USA immer gegen das Containern angeführt wird. Das ist ja echt krass. Müssen wir mal gucken, wie... Das sind reine Force, was auch Supermärkte mittlerweile machen, um ihren Müll zu schützen. Die Sachen, die sie wegschmeißen. Denn wenn wir das ja da kostenlos rausnehmen würden, dann können sie es ja nicht nochmal verkaufen, die Schweinebande. Ja. No, but you should get a job and stop leeching of others. Oh, es ist amerikanische Gesellschaftskritik. Das finde ich sehr spannend. Ich weiß nicht, ob der Entwickler Armee ist. Weil das ist hier dieses... Du willst ja noch nicht arbeiten. Wenn du arbeitest, dann kannst du auch alles erreichen, du faule Sau. Ja, genau. Äh, nein! Hau rein! Ich finde das gut, dass du das machst. Ich bin eine open-minded person. Das stimmt tatsächlich. Hoffe ich. Du tust niemandem weh. Das finde ich in Ordnung. Jetzt schenk mir eine bronzene Gießkanne. Okay, danke. Okay. Hat doch gut funktioniert. Das finde ich schön. Der alte Container-Bob. Oh, nein! Warte! Oh, ich glaube, der Gast wird, der aussieht wie Super Mario, ist bestimmt netter. Er ist ein guter Junge. Er weiß, was er tut. Jetzt labert er ein bisschen. Laber, laber, raber, raber. Wenn du Essen brauchst, dann frag doch einfach nur. Er will nicht, dass irgendjemand in Pelikanstadt hungert. Oh. Ach, Pelikanstadt liegt im Stardew Valley. Okay. What? Es gibt erstmal schön die reinsten Zucchini-Pommes mit leckerer Marinade. Also mit Marinara wird irgendeine Soße sein. Oh, das ist aber so nett von dir, Gas. Ich möchte Linus auch Essen schenken. Okay. Ist das wohl? Äh? Ich war schon da oben. Hallo? Ein Skandal. Oh, jetzt muss ich den ganzen Scheißweg noch weiterlaufen. Und das im Dunkeln. Oh, nein! Wir müssen es bis zwei Uhr nachts nach Hause schaffen. Aber das sollte gehen. Nur weil ich Idiot die Angel nochmal ausgeworfen habe. Aber um den von einer unabhängigen Jury zu einem der besten Heilbutts der Welt gekürten Superheilbutt zu anglieren. Das ist übrigens sehr, sehr cool. Wer bist du? Achso, ihr kommt alle. Ah, ihr kommt schön alle vom Saufen. Ich seh das doch. Ah, nein. So viele Leute spielen Stardew Valley und feiern das genauso wie ich. Ich bin da keine ... Ich hab's ja angefangen, weil ich's bei ... Ich glaub bei der GameStar hab ich das gelesen. Irgendwie bla, 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 Geheimtipp. Ähm. Also, es war ja kein Geheimnis, weil's plötzlich wie bekloppt die Steam-Charts erobertet hat. Erobertet. Es erobertete die, äh, die Steam-Charts. Und ich find das völlig, völlig zu Recht. Ein geiles Spielprinzip. Und es ist so komplex. Es gibt so viel zu tun. Wenn ich heute Nacht wieder nicht schlafen kann, muss ich eventuell kurz ausrasten. Johnny, wenn du nicht schneller läufst, dann kommst du auch nicht ins Bett. Ich hoffe, das ist dir bewusst. Das ist, äh, tough love, mein Junge, was wir hier zelebrieren müssen. Ich weiß, ich weiß, die Zeit ist knapp, aber wir müssen ... Irgendwie müssen wir ja ein bisschen mal an Geld kommen. Wir sind stinkreich, also ... Natürlich Angst auf hohem Niveau, aber ... Nicht, dass ich das wieder verpeile, ne? Vor lauter Gelaber. Denn man wird auch im eigenen Häuschen. Tatsächlich ohnmächtig. Das Geräusch ... Hilfe. Hallo, Bernd. Na? So. Oh, ich hab heute einen so süßen ... ... ... ... Verkauf. Alter, so eine Auster ist ja ... Achso, nee, das war nie. Der Riesenheilboot hat 100 gegeben. Boah, dann ist es nicht so schlecht, ne? So, ist jetzt der Spring vorbei? Ja! Okay, erster Tag Summer. Scheit! Dann hätten wir auch gar nicht gießen brauchen. Ah, jei, jei. So, jetzt haben wir wenigstens viel Energie. Wir haben ein bisschen Cash. Oh, neue Mucke! Das klingt wie Ragatton. Clear and Sunny Day. Oh, die Spirits mögen uns nicht. Das ist natürlich Mist. Living over land. Was können wir lernen? Sommer ist da. Neue, neue Crops. Also neues Zeug, ne? Oh, ah, okay. Wenn wir Hopfen ... Ich will unbedingt Hopfen anpflanzen. Das ist ja wohl ein Kracher. Dann kann man den jeden Tag ernten. So, aber wir müssen ... Oh nein, es ist alles verwelkt. Alles verwelkt, liebe Freunde. Kann ich das denn jetzt wegsensen, oder was? Ah, ja, okay. Ja, ärgerlich. Ärgerlich. Aber es ist jetzt auch alles gelber, oder? Oder bin ich das mal? Bin ich gelber? Ähm ... Ja, wir kaufen erst mal ... Oh, was ist das denn? Wollen sie zu ... Wollen blühen, oder was soll das sein? Hab ich Ja gestern Abend noch Zeug reingetan Das ist dann über Nacht verschwunden Das machen wir lieber wenn wir dabei sind oder Wir kaufen jetzt erstmal Saatgut Das ist das wichtigste das muss in die Erde Das hat absolute Priorität Damit wir unendlich reich werden können Ich würde tatsächlich gerne auch Einen Obstbaum pflanzen Aber die sind raketenteuer Weil der Stand auch ich meine gelesen zu haben Dass die eine Saison, eine Season hier Eine Jahreszeit zum Wachsen brauchen Und jetzt ist ja Sommer Dann können die den Sommer überwachsen Und dann kann man die im Herbst ernten Oder errichter Das wäre jetzt meine Theorie Ja 9 Uhr machst du auf Was soll ich jetzt in der Zeit machen Was ist denn hier Zwischendurch Machen wir mal ein bisschen Leute voll quatschen Schadet ja nicht oder Jetzt müssen wir hier doof rumhängen Jetzt gehen wir um das jetzt ein bisschen Habt ihr das gemerkt? Das hat so ein bisschen hinterher gewuckelt Ich meine große Anforderung kann das jetzt nicht Hallo! Dich mag ich So, hallo Mal kurz mit Bernd sprechen Na, hart am abkochen Das mit dem Kabel ist niedrig Du magst mich nicht, weil ich ein Fremder bin Ich wollte mit dir über Eichhörnchen sprechen Hier, diese Waschbären Du hast es aber gut getimed Als du losgelaufen bist Hier war es nämlich noch 10 vor Gut Tag, Gut Tag, Pierre Ich mag dich Ich mag den Ja, stopp Ah, Gurtenute, Gurtenute Hallo, hallo Ich möchte mit dir sprechen Du sollst schließlich mal auf unserer Farm wohnen Okay, du magst den Sommer nicht Jetzt mag ich dich weniger Sommer ist einfach die viel bessere Jahreszeit Ich bin ein riesen Sommerfan Und auch Sonnenfan Wenn ich kann, fahre ich auch immer in sehr warme Länder So, Kinder Was ist hier Phase Weed Also das ist ja normales Weizen Oh, jetzt muss ich wieder gucken Das sind Blumen Blumen braucht kein Mensch Hopfen Okay Also ich würde sagen Wir machen uns auf jeden Fall erstmal ein Hopfenfeld Mais ist natürlich auch geil 14 Tage Ja, die müssen wir dann jetzt auch Die müssen wir dann jetzt ja auch Pflanzen Damit der noch reif werden kann Und jetzt haben wir ja auch gerade noch die Kohle Machen wir mal Fünf Mais klar, oder? Und Einen Hopfen Das sind unsere Sachen Die Langzeit Langzeit Investments Beim Rest Nein Das war nicht geplant Ähm Beim Rest müssen wir dann einfach mal gucken Was das so gibt, oder? Oh, auch 12 Tage für die Melonen Okay Machen wir davon auch mal 6 Vielleicht mach ich diesmal ein bisschen Ordnung So, Tomaten 11 Tage Krass Das dauert ja alles ewig So, Blaubeeren 13 Tage? Wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Das braucht 4 Tage Okay, also dann Das wird dann wahrscheinlich unser Daily Business hier Wir müssen ja irgendwie an Kohle kommen So, noch ein bisschen das Also, das sind Chilis wahrscheinlich Ja, das ist ja auch super günstig Noch 10 mal Weizen Reddish Äh Ja, Dings Yes So Fünf Ich könnte natürlich auch von allem dann lieber 6 machen Dann könnte ich besser Nicht so kleine So kleine Ecken Ähm Weißt du, wisst du, was ich mit Ecken meine? Kleine Felder an Anlegen Nein, ich hatte Oh, ich die So, jetzt haben wir schon mal Das ist ja auch ein Investment Das Weizen kostet ja nix Nehmen wir nochmal 10 von mit Noch irgendwas Neues Ach, hier wäre jetzt So ein Apfelbaum Wäre natürlich ein Träumchen Aber wir haben keine Kohle mehr 28 Tage So Müssen acht Felder drumherum frei sein Und Äpfel Das ist ja was, was ich zumindest weiß Die erntet man im Herbst Bei Kirschen Kirschen glaube ich auch Aber bei dem Rest Bin ich mir nicht sicher, wann man die erntet Das wäre jetzt ja eine Season Wenn die dann im Herbst Reif wären, könnten wir dann Äpfel pflücken Das wäre natürlich eine Großinvestition Aber dann können wir Nicht mit Tieren anfangen Und ich habe gesagt Wir fangen mit Tieren an So Jetzt also zügig Dass wir das noch in die Erde kriegen Ich weiß übrigens immer noch nicht Was es mit dem Glück auf sich hat Ob das was mit den Pflanzen zu tun hat Wir haben ja heute kein Glück Aber die Sachen brauchen alle So unendlich lange Oh ne, wir müssen noch zu Mutti Wir wollen ja noch die Sachen kaufen Die habe ich doch Die Schreinerin Dass alles mal in die Putte kommt Aber die wohnt gar nicht hier Und hier drüber Weiß ich natürlich Hä? Achso, das ist ja Alles gut Das sah immer so schäbig aus Jetzt können wir noch rein So, Muri Dann gucken wir mal Ja, jetzt bist du auch am Platz Oder was? Guten Tag Ich würde gerne mit Ihnen reden Okay, für das Coop Das kostet 4000 Das können wir uns da leisten Dann müssen wir gleich Holz farmen Ne, Chicken Coop Da müssten ja Hühner dann wohnen, oder? Da kommen wahrscheinlich Kühe rein Oh, ich bin so ein Trollo Ich habe das nicht mitgenommen Ah, Crap Hätte ich das letztes Mal Auch gar nicht machen können Oh, wer seid ihr denn? Spaßbären? Oh, Grapes Mein Traum Okay, bevor wir die Sachen pflanzen Machen wir das jetzt aber erstmal mit dem Clay Weil ich dann nämlich wissen will Wie wir die Sachen in dieses Silo reinkriegen Was man dafür ernten kann Ich habe eben die Sachen mitgenommen Aber die falschen Oh Das ist natürlich geil Das können wir auf jeden Fall da reinkloppen Damit die Sachen schneller wachsen Die die so lange brauchen Ja, 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 ja Okay, aber Liebe Menschen Äh Diesmal ein bisschen anderes Format Wir gehen ja heute nicht Nicht jetzt schlafen Jetzt haben wir eine schöne Folgenzeit Und in der nächsten Folge Wird das hier richtig schön auf Vordermann gebracht Und wir Schaffen uns ein Silo an Und sehen zu Dass wir Holz Noch Holz haben Um eine Hühnerfarm zu kaufen Das wird mega, mega gut Ich habe voll Bock Und wie immer Bis gleich Ne?